So, wo ist die Tür? Mache ich mal kurz die Dampers off. Da hinten. Ich baue mich einfach mal durch. Wohl, vielleicht ist auch eine Tür. Ne. Dann mache ich das kurz auf. Die andere Seite. Aber es sieht echt nicht so aus. Ne, ne. Ne. So, sag ich doch. Was hier was ist? Hier ist wahrscheinlich kein Zugriff. Genau. Was dauert das denn immer so lang? Oh Gott, warte. So, so lang dauert das ja jetzt auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst wegen der Energie. Wenn die 120 sind, gehen wir zurück. So, das ist doch nie hin. Und der 15. So, das schaffen wir. Wird es weiterkommt, aber es ist möglich. Langsam wird es gefährlich. Komm schon. Wir kommen gleich zurück. Oh Gott, das wird knapp. Na, jetzt ist mein Headset leer, das gibt's doch nicht. Das wird richtig knapp. Komm schon. Ach doch, das schaffen wir. So, schnell aufladen und dann hinterher... Ah ne, ist schon weg, ne? So, ich will jetzt noch mal kurz gucken, ob das nicht irgendwie schneller geht. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich hab mich jetzt mal umgeguckt und... Na, das liegt anscheinend an einem... Ähm... Faction... ...Fraction... ...Gedöns... ...Talter... ...ähm... ...einem Patch. Und das kann man anscheinend nicht umgehen. Außer eben das kaputt zu machen. So, dann kann ich mich erstmal hier um. Ich brauch... ...Silizium. Das gibt's doch hier drin bestimmt. Ich möchte nichts kaputt machen. Na, ist egal. Pieken ist auch nicht, kann ruhig weg. Ich geh nochmal... Ja, find ich toll. Ich geh mal dahinter. Ich bin schon voll. Was hab ich denn dabei? Ach so, von dem... ...Teil, ne? Ja, ist egal. Warum ich alles nicht... So, das ist bestimmt was. Mal gucken. Gnesium, Eisensilber. Gnesium, Eisen, Silber. Eisen, Silber. Ganz viel Eisen. Da, Silizium. Boah, ziemlich, das sind nicht wenig, ne? Da ist viel Eisen. Was ist denn jetzt hin? Ach da. So, sind schon hier. Bei Silizium. Bei Silizium. Glaub ich. Ja. Genau. Und hier noch einer. Hier, hier. Da vorne. Ich bin voll. Dann ist er raus hier. So. Mal gucken hier. Genau. Und ab zum Picken. So, dann beeile ich mich mal, damit ich den fertig bekomme, den... ähm... den Miner, damit ich auch ordentlich mal Uran farmen kann. Damit ich dann mal erstmal ausgesaugt habe mit Energie. So. Hier rein. Da habe ich dann Eisen dabei. Ja, toll. So viel brauche ich. 135. Äh, die werde ich jetzt aus dem Grund nicht verbinden, weil ich das, äh, später sowieso wieder verändere. Ich hab's nämlich schon damit. Vielen Dank.